Was zur Hölle habe ich gerade gespielt? GG Oh hell nooo Ja, wie soll ich euch das schon beibringen? Sponjglock I turn Spongebob into a first person shooter Ja, wir spielen heute Spongebob als Ego-Shooter Und Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da Ansonsten Und schreibt doch gerne jetzt einen Kommentar für den Algorithmus Cool Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass das Spiel Sponjglock heißt? Mit einer Glock Let's go Oh, da ist die Glocke in meiner Hand Okay, das kann ja was Miau Jetzt sehen wir uns wieder Boom Hast du gerade wirklich dein eigenes Haustier erschossen? Oh, ich verstehe, in dem Spiel können wir auch Sachen falsch machen Miau Wow Können wir aus dem Haus raus? Oh, es tut mir leid, Bikini Bottom Aktuelle Mission, gehe zur krossen Krabbe Okay, in dem Spiel gibt es also Mission Die krosse Krabbe war Da hinten Oh, Mr. Krabs Ich hoffe, sie haben mir meinen Lohn schon ge... Da ist der fliegende Holländer Entschuldigung, der fliegende Holländer Wo ist der richtige Mr. Krabs? Wird der irgendwo gefangen gehalten? Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt, woraus die geheime Formel besteht Du weißt, was für ein Tag es ist Geldeinsammeltag Ich gebe dir eine Liste von Leuten, mit denen du reden sollst Gehe zum Haus von Thaddeus Woher kommt denn die ganzen Leute? Ihr nervt mich ein bisschen Okay Das ist krass Haben wir die Tür gerade einfach aufgetreten? Hallo? The red mist is coming Oh, das ist creepy Das ist ja von... Oh boy, ich habe eine Knarre Guck nach oben Nie war... Okay Das ist ein ziemlich brutales Spiel Neues Objective Gehe zu Patricks Haus und nehme das Geld Okay, Patrick Du bist genau hier Oh, verdammt Patrick Es tut mir wirklich leid Ehe zum Reden Hey, pass auf, wohin du mit dem Ding zielst Du würdest doch nicht versehentlich deinen besten Freund töten Ähm... Es tut mir wirklich leid Genickbruch Gehe in die Ghoul-Lagune und assistiere Larry für unbezahlte Steroide Ähm... Was soll ich dazu noch sagen? In dem Spiel sind wir also ein Mafiosi Ist das die Ghoul... Oh, verdammt Da ist Larry Deine Bodyguards mit Knarren bringen dir auch nichts Du hast deine Steroide nicht bezahlt Hey, SpongeBob, was up? Steroide-Geld? Mr. Krabs Ich benutze keine Steroide Diese Guns sind hundertprozentig authentisch Ich schwöre Verdammt, Larry, lüge mich nicht an Du benutzt Steroide Wenn du frech wirst, musst du wohl sterben Larry, ich wollte das nicht tun Du hast mich dazu gebracht In meinem Leben habe ich noch nicht so ein asoziales Spiel erlebt Nächste Mission Shoot up Shady Shoals Was ist Shady Shoals? Ich habe gerade gegoogelt Das müsste so ein Gebäude sein Aber ich weiß nicht welches Die sehen für mich alle relativ gleich aus Oh mein Gott, hier ist ein Loch drin Mit einem Metroiten Krank Hallo, Mrs. Puff Oh, es tut mir wirklich leid Für dich, mein Freund, tut es mir auch leid Ich glaube, wir können auch mit allen reden Oh, du siehst psycho aus Es tut Bei mir ist es besser Shady Shoals Okay, das ist es sogar Barge in Kein Plan, was das bedeutet Aber Oh, verdammt Wie sollen die hier alle fertig machen? Blaubarschbube Es ist Meerjungfrau, Mann Den können wir doch nicht töten Obwohl, der bemerkt es gar nicht Dreh dich doch mal um Wir Guck nicht zu mir Es tut mir leid Wir sollen mit Mr. Krabs reden Haben wir jetzt all deine Schulden eingetrieben? Mr. Krabs, du hast uns zu dem Alter, der hier Du hast uns zu dem verdammten Mafiosi gemacht Das wollte ich nicht Ich hoffe, du hast eine Entschuldigung Schließe die Tür Diese Freundin von dir Klaut mein Geschäft Töte sie Neues Objective Töte Sandy in ihrem Meth-Lab- Okay Sandy Alles gut mit dir? Oh, verdammt Ich hab verfehlt Wie konnte ich verfehlen? Das war ein schrecklicher Schrei Anruf von Mr. Krabs Hey, Luddy Mir wurden ein paar Nargts-Downtown gemeldet Du solltest dich um sie kümmern Neues Objective Töte die Nargts Oh, wenn das so weitergeht Sind wir irgendwann alleine Im Bikini-Bottom Darauf hab ich keine Lust Das ist so eiskalt Wo sind die Nargs? Jo, bist du vielleicht ein... Nein Du bist ganz friedlich Alter Wieso bist du... Entweder ihr regelt das Oder ich regel das Okay Obwohl Ich bin kein Sim Töte acht weitere Sieben Oh, verdammt Das ist meine Mission Ich soll die einfach alle umbringen? Okay Kein Problem Noch ein einziger Es tut mir wirklich leid Neues Objective Geh in die Bank Und sammel Geld Okay Wieso ist das so asozial? Oh, die Bank sieht super aus Kriege ich das Geld? Eventuell Soll ich hier hinterlaufen? Oh, mein Gott Ich soll die hier alle töten? Okay Du bist der Letzte Ich kann die looten Empty Wallet Das wusste ich nicht Wir sammeln damit irgendwas Ich weiß zwar nicht was Aber hey Immerhin Kriege ich Kriege ich vielleicht Den Loot von dir? Ich habe eine Kreditkarte bekommen Ah, Mr. Crab sollte zufrieden sein Oh, verdammt Ich kann sie looten Vielleicht kriege ich meinen Führerschein Driver License Ist ja fast so, als ob ich zu gut in dem Spiel bin Dead Tod 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 Oder? Ah, ich bin mir nicht sicher Egal Mr. Krabs Ich habe alle ihre Aufgaben erfüllt Bitte lassen sie mich jetzt in Ruhr Der süße Geruch von Geld Was? Reich es mir rüber, Spongebob Punkt, Punkt, Punkt Arg So soll es sein Ich werde dich auch töten Meinen eigenen Angestellten In meiner wahren Form Oh mein Gott Wie geil ist das denn? Neues Objective Töte Mr. Krabs In seiner wahren Form Wie soll ich Das entbomben? Komm schon Danke Und jetzt ein bisschen schießen Wie viel Zeit haben wir noch? Oh Gott Wir haben seine erste Schicht fertig gemacht Boom Sorry, brah Mein Magazin ist geladen Wenn sie jetzt dagegen laufen Sind sie Definitiv tot Ich behalte das Geld Es gibt ein Outro Sieht ziemlich trostlos aus Oh, die große Krabbe Mr. Krabs Sieht zwar nicht aus wie Mr. Krabs Ist aber Mr. Krabs Oh verdammt Spongebob Du siehst aus wie ein krasser Mörder Sogar auf den Augengliedern hast du's Die explodiert Oh Ein Game von Mix Morris Checkt auf jeden Fall von Mix Morris Den YouTube Kanal aus Mir hat irgendwie gefehlt Dass wir in den Abfalleimer reingegangen sind Aber sonst Verdammt gutes Spiel Lasst gerne ein Like und ein Abo da Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus Ich will meinen Teil beenden jetzt hier die Folge Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao